Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Quest to Master. Wir sind in Folge 25 und das heißt wir haben noch 6 Folgen, wenn ich das richtig sehe, bis Folge 30. Das wird schwer. Wir müssen noch mehr als die Hälfte hier machen. Wir haben leider beim letzten Mal in der letzten Aufnahmesession einige, einige MMR-Punkte verloren. Und das ist sehr, sehr blöd. Denn es wird sehr, sehr schwierig das noch zu schaffen, wenn die Master-Lexe kommen. Ich gebe natürlich mein Mestis. Ich werde jetzt hier meine letzte Aufnahmesession für diese Phase quasi aufnehmen. Bis Folge 30 werde ich jetzt am Stück aufnehmen. Für euch natürlich in einzelner Folgen unterteilen, das ist ja klar. Ich gebe mein Mestis, bin aber leider sehr skeptisch. Muss ich ganz klar sagen, das wird nicht so einfach werden, das zu schaffen. Aber gut. Ich gebe mein Mestis. Ich denke, das Problem, was es tatsächlich gab, war die Pause zwischen den Aufnahmen. Ich habe ja zwischendurch aufgrund der Klausurenphase quasi zwei Monate Pause gemacht. War vielleicht nicht das Schlauste, um hier die Serie möglichst erfolgreich zu gestalten, aber ließ sich halt leider nicht anders machen. Manchmal ist das einfach so. Naja, gut. Wir starten gegen den Terraner. Das lief in den letzten Folgen überhaupt nicht gut, gegen Terraner. Da habe ich sehr, sehr viele Probleme gegen Liberator gemacht. Wichtig wäre deshalb, das nehme ich mir für die heutige Folge vor, Blink zu erforschen. Zwar nach Selle-Charge und so weiter und so fort, aber der Zeitraum, in dem meine Twilight stillsteht, nachdem ich Selle-Charge erforscht habe, war immer ziemlich groß. Und es ist einfach für mich... Warum habe ich diese Farben, Leute? Ah. Sehr merkwürdig. Aber der Zeitpunkt, in dem ich nichts gegen Liberator machen konnte, weil ich zu wenig Stalker und vor allen Dingen auch Stalker ohne Blink hatte, der soll sich jetzt ändern. Das werde ich mich... Darauf werde ich mich heute konzentrieren. Und auf Supply-Blocks. Darauf möchte ich heute auch achten. Vielleicht noch eine Kleinigkeit mehr, nämlich Gateways zu bauen. Das war auch immer ein großer Kritikpunkt, den ich mir selber gegeben habe. Das sind so die drei Bereiche, auf die ich heute achten will. Vor allen Dingen im TVT, das mit dem Blink und in den anderen Match-Ups, sowie im PVT immer auf Pylons und die entsprechenden Gateways zu achten. Zack. Eben nochmal kontrollieren, ob die Aufnahme auch läuft. Sieht richtig aus. So. Was haben wir hier? Da ist die Barracks. Keine große Überraschung. Ich habe leider es nicht geschafft, das BBF anzubisieren. Okay. Macht er echt zu? Ja, er macht zu. Ein Gas. Hat er zugemacht? Ja. So. 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 Komm, fahre schnell raus. Ich fahre den Nexus. Oh. Kein Reaper. Die frühe Factory. So. Leider müssen ich später Pile. Oh, ich muss leasen. Entschuldigung dafür. Ich hoffe, ich habe es rausgeschnitten. Schade. Fast hätten wir ihn noch gekriegt. Leider nur fast. So. Könnte ein Minimindrop geben. Könnte allerdings auch Cyclones geben. Wahrscheinlich eher sogar Cyclones. Wir werden uns auf jeden Fall hier gleich mit Shield-Batteries absichern. Und wir werden eine frühe Robo holen. So. Ich denke, eine Sentry werden wir uns gleich auch holen. Denn damit könnten wir an dieser Map auch viel anfangen. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, ob es jetzt Cyclones gibt oder Widow Mines. Das ist so ein bisschen die Frage. Ist es beides möglich mit dem Tag, den er dort gebaut hat? Ähm, ja, müssen wir ein bisschen gucken. Kurz ein bisschen Chrono-Gebooste hier. Und dann nochmal eben zwei Gateways hinterher schieben. Ich denke, die sollten wir uns auch noch erlauben können, bevor wir die Shield-Batteries bauen. Das sollte aber dann gleich auch geschehen. Ne, wir erlauben uns nur ein zweites Gate. Und stattdessen lieber eben noch einen Immortal. So. Helios, okay. Was machen denn meine Stalker hier? Das ist doch nicht euer Ernst. So. Dass die sich da nochmal für einen anderen Weg entschieden haben, war ja wohl eine Frechheit, oder? Was sagt ihr dazu? So. Aber so weit, so gut. Tatsächlich habe ich mit Haliens eher nicht gerechnet. Um ehrlich zu sein. Aber gut. Kann ich mit leben. Den Drehpunkt wieder umlegen. Ach ne, einen mal brauchen wir noch kurz. So, jetzt können wir den Drehpunkt wieder umlegen. Hä? Du sollst nicht auf zwei bedenken. So, Frage. Baut er jetzt in Richtung, oder geht er in Richtung Mech? Vermutlich. Vermutlich ist das die Situation, der wir uns hier zurechtfinden müssen. Dementsprechend holen wir uns nochmal einen weiteren Immortal. Denn Immortals sind gut dagegen. Ähm, wenn er wirklich auf Mech geht, dann werden wir eine zweite Robo mitziehen. Müssen hier aufpassen, er wird vermutlich hier einen Turret bauen. Das machen Mech-Spieler immer. Cyclone. Mehr Cyclones. Widow Mines. Weitere Factories. Hat er eine dritte Base gebaut. Wenn ja, dann ist das sehr gierig. Hat er allerdings nicht. Was macht denn hier meine Probe eigentlich? Warum fällt die so blöd? So, zweite Robo. Und eine Twilight. Vorher noch eben zwei Pilots. So. Noch mehr Immortals. Und dann nehmen wir uns jetzt die dritte. Dann natürlich auch einen SCV-Pult spielen. Das wäre ganz gut, wenn wir das mal eben rausfinden würden, ob das gleich geschieht. Mal eben die Saturation oder den Natural checken. Sieht aber alles in Ordnung aus. Ja, alles normal soweit. Hier steht ein Tank. Viele Cyclones. Ansonsten keine große Überraschung. Wir werden uns auch Blink holen. Blink ist mir jetzt aktuell lieber als Salad-Charge, denn mit Salads können wir sowieso nicht viel anfangen. In der aktuellen Situation hier. Wichtig wäre, dass wir uns hier auch Pilots sichern, um frühzeitig zu sehen, ob er jetzt kommt oder nicht. Oh, hier sollte ich mir auch dringend mal das Gas holen. Oh, nein. So. Double Forge. Blink. Falls da auch gleich Liberator daherkommen, was relativ wahrscheinlich ist. Drei hier rein. Vier hier weg. Da steht er schon. Da steht er schon. Sehr schön. Wir holen uns auch. Ein bisschen viel Supply frei und ein bisschen wenig Gateways. Das sollten wir gleich mal schnell ändern. Wir werden auch gleich Richtung R gehen. Trotzdem vorher eine solide Grundarmee hier uns sichern. und uns dann auch gleich eine vierte Base holen, sobald eben der Scan hier ausgelaufen ist. Da ist irgendwas rausgefahren. Was ist denn da rausgefahren? Waren das Aliens? Wahrscheinlich, ne? Steht eine Parix? Okay. So. Ja, das kennt er mal ein bisschen. Ja, es sieht so aus, als hätte direkt noch eine Base genommen. So. Jetzt werden wir den Air Switch vorbereiten. Ja, es kommt. Kommt. So. Wie viele Blocker haben wir? 67. Vier mehr brauchen wir gar nicht. Ein bisschen schon. Eher Upgrades. Könnten uns auch mal eben den zweiten Cybercore sichern. So. Wir haben uns auch schon mal hier ein Oracle und zwei Voids. Das sieht so aus, als würde er einen Push vorbereiten. So. Oh shit, hier fehlt noch ein Pilot. Das kann böse werden. So. Goldene Armada aufbauen. Oh, meine. Die ganze Zeit noch nicht auf dem Hotkey. Okay. 1-1. Okay. Ja, lass er die ruhig töten. Keine ruhig. Ein bisschen bauen wir noch nach, aber nicht viel. So, er hat mich gescannt. Wo habe ich eigentlich keine Krone rust? So, 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 so. 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 So, erstmal die R-Armee vorschriften. So, da kommt's mehr noch. Das Mothership ist leider ein bisschen weit weg, ein bisschen ärgerlich. So, dann ein paar mehr Immortals zuziehen. So, GG, OP, sagt der Mac-Spieler. Sehr schön. Die Folgen werde ich auch ein bisschen länger erhalten, ab jetzt übrigens. Das habt ihr ja schon in den letzten Folgen wahrscheinlich gemerkt. Ich werde jetzt mal so eine halbe Stunde anpeilen, damit ich vielleicht noch eine leichte Chance habe, das zu schaffen. Die Serie heißt ja in 30 Folgen in die Master League, nicht in 30 Matches. Auch wenn das andere Leute ein bisschen anders verstanden haben, obwohl es immer im Titel steht und immer so gesagt wurde und selbst in der ersten Folge zwei Partien waren. Ja, ich meine dich, JC Gamer. Ja, deshalb ein bisschen werde ich jetzt die Folgen immer länger halten, an die halbe Stunde, also mindestens zwei Partien. Es sei denn, eine Partie geht unglaublich lang. Oh, der gleiche nochmal. Das ist doch ein Spaß. Hui. Fun, der gleiche nochmal. Laden kann er schon mal auch nicht. Ich finde das schön, dass mir der Tipp auch schon direkt Unsterbliche vorsteckt. Die haben auch viel geholfen in dieser Partie. So, ich bin gespannt. Ich denke, er wird nicht nochmal das gleiche spielen, sondern jetzt irgendwas ekliges, cheesiges machen. Oh, der hat jetzt Alt-F4 gedrückt und deshalb lädt er nicht. Meine Güte. Vito. Das sieht tatsächlich nach Alt-F4 aus, oder? Er lädt ja gar nicht weiter. Doch, jetzt hat er weitergeladen. Yay, Fun. It's the same guy again. So, wir bauen diesmal direkt vorne. Um vorne gegen die Hellen zu wollen zu können. Hier. Schön. Ein bisschen weiter reinsalzen. Mach da wieder genau das gleiche. Ja, Doppelgasopener. Also es könnte sein, dass er diesmal direkt auf Cyclones setzt und nicht erst zwei Hellions vorweg schickt. Oh, shit. Pile. Ich hätte den noch eigentlich vorne bauen müssen. Ah ja. Ich wollte eigentlich hier noch einen Pile dran bauen, um sein Reaktor zu verhindern. Schade. So, wir werden diesmal früh pushen mit zwei Robos wieder. Diesmal einfach ein bisschen früher dort angreifen. Kann natürlich sein, dass er diesmal eine zweite Factory Proxied. Aber er hat wieder einen Marine Opener gespielt. Von daher werden wir jetzt erstmal den Reaper nicht erwarten, sondern uns einfach hier schon in die Lücke stellen. So. Und wenn er die eine Probe hier in der Natural bekommt, dann ist das so. Damit kann er nicht gut leben. Mit seinen ersten zwei Aliens, wenn er darauf committet. So. Und wir holen uns direkt eine zweite Robo. So. Bring einmal einen Observer vorweg. So. Stell dich mal einmal vorweg. Und jetzt die Safety Shield Batteries. Ja. Und das sieht diesmal nach Cyclones aus. Röchten wir gleich dringend mal eben den Immortal hier. Und ein zweites Gate. Ah. So. Problem würde es jetzt geben, wenn er wirklich auf den Rödelmeindrop gesetzt hat. Weil dann habe ich mich leider ein bisschen verteckt. Das ist nicht dein Ernst, Immortal, oder? Ziemlich späte Exe bei ihm. Wenn ich jetzt dadurch, dass ich diesen Immortal eingebaut habe, ne? Dieses Spiel verliere. Dann reg ich mich auf. Geht er echt auf Marines? Und jetzt ein Tech Club hinterher. Oh, Klub Banshee. Komm, töte ihn! Eigentlich nur zwei Gates, ja, ne? Das ist nicht so schön. Warte, ist er eigentlich noch in meiner Base? Wahrscheinlich, ne? Sehr schön! Solche Terraner sind mir die Liebsten, die nix können. So, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielleicht schauen wir sie ja doch noch. Ich glaube nicht, weil das werden nicht alle Gegner so einfach sein, wie der gerade eben. Hier oben rechts unten wirst du die Folge klicken. Unten rechts ist alles direkt von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut! Tschüss! 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 Tschüss!